Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Früher gab es ganz lange Zeit Monitor mit 60 Hertz, dann kamen 144 und 165 Hertz, jetzt aktuell die Spitze 390 Hertz und ein kürzes Zoll sogar ein Monitor rauskommen mit ganzen 540 Hertz. Aber mal ganz ehrlich, braucht man so hohe Bild-Videoraten überhaupt oder ist das nur noch Marketing? Weil so ein bisschen mag es den einen oder anderen wahrscheinlich an Mäuse erinnern, mit hoher DPI-Zahl, hoher Polling-Rate, aber gibt es vielleicht nicht auch irgendwo so eine Grenze? Also aus meiner persönlichen Sicht definitiv ja, weil so eine hohe Bild-Videor-Rate kann nämlich auch Nachteile mit sich bringen. Übrigens die Krone mit der höchsten Bild-Videor-Rate, die gehört aktuell Acer, nämlich mit dem Nitro XV252QF, toller Name, mit bis zu 390 Hertz. Asus hat aber wie schon angesprochen einen neuen Monitor vorgestellt, nämlich den RG Swift Pro PG248 Coupé. Der schafft normalerweise 500 Hertz und im OC-Mode sogar bis zu 540 Hertz. Also was zur Hölle? Mir fehlen da schon so ein kleines bisschen die Worte, weil ich meine, man braucht ja erstmal einen PC, der 540 Bilder pro Sekunde erstmal erreichen kann. Und selbst wenn man jetzt die Auflösung komplett reduziert, DLSS oder FSR aktiviert und auch noch mit niedrigsten Grafik-Settings spielt, kann es jetzt im einen oder anderen Game vielleicht mal irgendwie erreichbar sein. Aber trotzdem muss man sich halt eine Frage stellen, merkt man da überhaupt noch einen Unterschied zu einem Monitor mit niedrigerer Bild-Videor-Rate? Und hat man im Spiel überhaupt noch irgendeinen realen Vorteil? Weil ich meine, am Ende geht es ja genau darum. Frames win games. Das hat in wieder mal als Werbeslogan in die Welt gesetzt. Und kurz gesagt soll das heißen, wer mehr FPS hat, kann den Gegner vielleicht etwas paar Millisekunden früher auf dem Bildschirm erkennen und dementsprechend früher schießen. Aber warum ist es jetzt überhaupt so? Ich habe euch mal ausgerechnet, wie lange jetzt der Zeitraum ist, der ein einzelner Frame auf dem Monitor zu sehen ist, bis er eben vom nächsten abgelöst wird. Bei 60 Hertz ist ein einzelnes Bild dabei, 16,57 Millisekunden zu sehen, bei 240 Hertz sind es dann 4,17 Millisekunden und bei 540 Hertz noch 1,85 Millisekunden. Aber was bedeuten diese Zahlen jetzt eigentlich für euer Spiel? Jetzt mal angenommen, ein Gegner läuft in eurem Spiel um eine Ecke und genau in dem Moment, bevor jetzt die ersten Pixel des Körpers des Gegners zu sehen sind, zeigt euer Monitor ein neues Bild an. Wenn ihr jetzt ein 60 Hertz Monitor habt, dann dauert das eben 16,57 Millisekunden, bis das nächste Bild zu sehen ist und dementsprechend so lange, bis der Gegner auch wirklich zu sehen ist. Bei einem 240 Hertz Display dauert das dagegen noch 4,17 Millisekunden. Das heißt letztendlich, wir sind mit einem 240 Hertz Monitor und einem anderen Gegner mit einem 60 Hertz Monitor bei ansonsten komplett gleichem Setup um 12,4 Millisekunden im Vorteil. Außerdem sollte eines natürlich klar sein. Je kürzer der Darstellungszeitraum eines einzelnen Bildes, desto flüssiger fühlt sich auch die Bildwiedergabe an. Und wenn ihr euch jetzt mal die Tabelle anschaut, sieht es natürlich erstmal noch wirklich große Unterschiede aus. Aber wir reden hier am Ende vom Tausendstel einer Sekunde. Und ihr müsst auch folgendes bedenken, die Reaktionszeit eines Menschen liegt so ungefähr zwischen 130 und 180 Millisekunden. Und was da bei Online-Spielen auch noch mit hinzukommt, das ist der Ping. Bei einer sehr guten Internetverbindung und wenn der Server in der Nähe steht, kann ein Ping meistens so 10 Millisekunden mittragen. Aber solltet ihr zum Beispiel im Ausland spielen oder eine sehr schlechte Internetverbindung haben, was in Deutschland ja oftmal der Fall ist, dann ist der Ping schnell bei 50 Millisekunden oder sogar noch mehr. Und damit ist der Ping halt viel entscheidender als die Bildwiedergabe. Was die flüssige Bildwiedergabe übrigens betrifft, empfindet auch jeder Mensch etwas anders. Also manche Menschen sagen, ihnen reichen schon 30 Bilder pro Sekunde. Die meisten Gamer setzen die unterste Grenze ja wahrscheinlich sogar bei 60 FPS. Aber es gibt halt auch einfach Leute, die sagen, sie nehmen auch höhere Bildwiederraten noch gewisse Verbesserungen wahr. Also aus meiner persönlichen Sicht ist es aber so, dass spätestens bei 240 Hertz bei einem Blindtest meistens keine Unterschiede mehr festzustellen sind. Übrigens eben genau dieses Experiment hat auch Linus Tech Tips durchgeführt. Bei dem Test standen vier Monitore direkt nebeneinander, die waren vom Äußeren her nicht unterscheidbar. Drei davon waren eben mit 240 Hertz, einer davon mit 360 Hertz. Und bei der Frage jetzt eben, welche von den Monitoren die höhere Bildwiederholrate habe, lagen die meisten Teilnehmer entweder falsch oder konnten halt nicht begründen, warum sie richtig geraten haben. Linus hat übrigens auch noch ein weiteres Video rausgebracht, in dem er mit E-Sportlern die Schussgenauigkeit in Abhängigkeit zur Bildwiederholrate geprüft hat. Der Wechsel von 60 auf 144 Hertz hat dabei wirklich große Verbesserungen mit sich gebracht. Je weiter die Bildwiederholrate aber noch erhöht wurde, desto geringer wurde dann der tatsächliche Vorteil. Ausnahmen kann es natürlich jetzt immer hier und da mal geben, aber gerade professionelle E-Sportler, die halt wirklich jeden Tag viele Stunden lang zocken, haben natürlich schon eine deutlich trainiertere Wahrnehmung und auch schnellere Reaktionszeiten als jetzt für den Durchschnittsgamer. Und selbst da ist es für mich relativ schwer vorstellbar, dass 540 Hertz gegenüber 360 Hertz noch einen spürbaren Unterschied ausmachen sollen. Ich persönlich habe übrigens auch mal einen Test gemacht in CSGO und in Overwatch. Also das könnt ihr euch so vorstellen, ich habe einen Gang entlang geschaut, am Ende des Gangs war so eine halb offene Tür und durch diesen kleinen Bildausstand ist immer wieder eine Spielfigur in zufälligen Abständen durchküpft und Ziel war, die dann letztendlich zu treffen. Bei 60 Hertz habe ich nur einen von zehn Versuchen getroffen, bei 144 Hertz waren es dann schon sieben Treffer und bei 240 Hertz habe ich dann die volle Punktzahl erzielt. Also von daher, meine persönliche Grenze ist bei 240 Hertz. Für die meisten Gamer, die jetzt aber nicht unbedingt immer erst in Rangliste sein, sondern auch nicht so kompetitiv unterwegs sind, sollten 144 oder 165 Hertz vollkommen ausreichen. Man muss zudem halt auch erwähnen, dass eine hohe Bildwiederholrate auch teilweise Nachteile haben kann. Einer von diesen Nachteilen ist das sogenannte Ghosting. Das liegt nämlich an der Reaktionszahl von den Pixeln. Also die Pixel müssen ihre Farbe ändern und wenn das zu langsam geschieht, sieht es so ein kleines bisschen so aus, als ob ein Geist eurer Bewegung folgen würde. Daher eben auch Dynamik Ghosting oder schlicht auch Bewegungsunschärfe. Viele Monitore haben heutzutage eine sogenannte Overdrive-Funktion. Die soll das Ghosting beheben, allerdings tritt dadurch ein anderes Phänomen auf, nämlich das Inverse Ghosting. Ein weiteres Problem sieht auch relativ ähnlich aus, ist Smearing. Also das Nachziehen oder halt Verschmieren von Objekten. Gerade jetzt bei schnellen Bewegungen oder beim Übergang von dunkel zu hell oder in die andere Richtung. Eine höhere Bildwiederholrate sorgt jetzt also nicht in jedem Fall für ein smootheres Gameplay, sondern kann halt eben auch Probleme mit sich bringen, die am Ende dann sogar zu einer schlechteren Bildqualität führen, als bei einem Display mit niedrigerer Bildwiederholrate. Und zu guter Letzt sind halt noch die Anschaffungskosten. Weil ein Monitor mit 144 Hertz bekommt ihr derzeit schon so ab rund 150 Euro, Monitor mit 240 Hertz dagegen ab 190 Euro. Also ich muss sagen, Aufpreis finde ich durchaus noch okay. Aber wenn wir dann auf 360 Hertz hochgehen, dann wird es richtig teuer. Liegt halt auch daran, dass es dann nur relativ wenige Modelle gibt. Und tatsächlich zahlt ihr dafür mehr als doppelt so viel. Für das neue 540 Hertz Display von Asus gibt es noch nicht mal diesen Preis, aber ihr könnt davon ausgehen, dass es nochmal eine gute Ecke teurer sein wird. Und zu guter Letzt muss dann natürlich euer PC auch erstmal in der Lage sein, 360 oder sogar 540 FPS zu reichen. Weil je nach Spiel ist es halt für die meisten Rechner definitiv eine Herausforderung. Übrigens, für genau dieses Szenario braucht ihr nicht nur eine starke GPU, sondern auch eine wirklich schnelle CPU. Ansonsten könnt ihr fürs Gaming gerade in höheren Auflösungen auch ruhig auf ein günstigeres Modell setzen. Warum das jetzt genauso ist, das erklärt euch Chris in einem extra Video. Das blenden wir euch hier unten mal ein. Und das Schlusswort mit 240 Hertz bekommt ihr aus meiner Sicht derzeit so das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Danach wird es eben nicht nur teuer, sondern aus meiner persönlichen Sicht auch wirklich unnötig. Also letztendlich nur Marketing-Versprechen. Aber wie seht ihr das dann? Schreibt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Macht's gut. Ciao und bis dann.